Guten Tag. Guten Morgen. Wie heißen Sie? Ich heiße Bindu. Woher kommen Sie? Ich komme als Motor. Lernen Sie Deutsch? Ja. Können Sie sprechen Deutsch? Es sprechen, aber ein bisschen. Das ist gut. Können Sie mir erzählen von Ihrer Familie? Ja, sicher. Es gibt 6 Personen in meiner Familie. Ja. Mein Vater, mein Mutter, mein Bruder, mein Zweig, mein Nister und ich. Gut. Was machen Ihre Eltern? Mein Vater heißt Bubenganath. Er ist Landwirt und mein Mutter heißt Rajeshwari. Sie ist Hausfrau. Haben Sie einen Bruder? Ja, ich habe einen Bruder. Ja. Was macht er? Er ist Geschäftsman. Wie alt ist Ihr Nister? Mein Nister ist drei alt. Warum lernen Sie Deutsch? In 10 Monaten, ich gehe in Deutschland. Gut. Das wird folgende. Das wird günstig. iejęst. ν Rm